Eine helfende Hand wäre nicht schlecht, um sie umzulegen. Er kann ihnen helfen. Ich meinte eher einen Erwachsenen. Ich bin sehr stark. Na gut. Halt sie wie ich. Erst drehen wir sie. Vorsicht dich, sie ist sehr schwer. Sehr schön, das hätten wir. So, jetzt passt gut auf. Ein Uhrwerk ist wie ein schlagendes Herz. Das Herz eines Menschen kann brechen. Genau wie bei dieser Uhr. Ihr Mechanismus ist gestört. Manchmal ist es nur ein kleines Rädchen, das das Pendel aus dem Gleichgewicht bringt. Wie im wahren Leben ist das Herz aus dem Takt, funktioniert es nicht richtig und die Uhr schlägt nicht mehr. Sollen wir sie gemeinsam reparieren? Mhm. Gut. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 So viel Arbeit! Gut, hilf mir, sie wieder aufzurichten, bitte. Das ist der Moment der Wahrheit. Ja! Wir zwei haben gute Arbeit geleistet. Wir zwei haben gute Arbeit. Wir zwei haben gute Arbeit.